Ja. Oh shit. Traumstart von SEF. Ja. Oh shit. Wow. Is kurz weit und schön geflitten. Herrlich. Wenn man schnell gewesen wäre, hätte man die im Lodgy noch mitnehmen können. Wegen Rallye-Pointer zugedünzt. Ja, bautlich bereit, gleich los. So, wir haben einen Geben. Ne. Herrlich steht, Born und rein in die Flagge. So wie? Soll ich das Fahrzeug noch einen Meter zurücksetzen? Ja. Soll ich jetzt ein Scout nach hinten laufen oder was soll ich machen? Ne, der Scout kann schon mal Richtung Village versuchen, da noch eine Mine zu legen und sonst die ATs bleiben bei uns. Alles klar. Ja genau, richtet euch aus Richtung der Tech-Marke. Ich möchte auch, dass einer den Südwesten machen hat. Kontakt mit Westen, 230. Taliban-Ane. Okay, ausrichten. Ganz pro. Ja, ganzes Squad, ganzes Squad. Feuer frei? Ja, ja, Feuer frei, Feuer frei. Halt sie weg. Ja. 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 Es ist ein M-Rap, es ist ein M-Rap. Komplett Südwest, komplett Südwest. Squad 2 nimmt Ost. AT braucht es noch nie. Ja, Squad sieht auch. Steht der Transfer auch? War nur an einem, war nur an einem. Okay. Im Süd noch finden Wacker schon Feinde. Ich glaube, der ist down, der M-Rap. Ne, negativ, zu kurz. Nein, der Baum hat abgefangen. Du müsst aufmunitionieren und am MG-Tagy. Ja, copy. Bleiben wir ganz ruhig hier liegen, guck mal südöstlich die Straße runter. Hat einer gesehen, ob ein Hit war? Ja. Negativ. Nein, bei mir. Kontakt bei mir. Südlich. Südlich? Ja, ja. Alle Panaren, Kontakt. Einer da. Siebel südlich, einfach südlich, südlich zielen. Ah ja, das ist mein Siebel. Achtung. Gerade geht raus. Soll ich mal über Norden an den M-Rap angehen und mit der RT? Ja. Ja. Da ist überall auch Infanterie auf der Straße. Die ist leicht, die von der Straße. Okay, copy. Bei mir Rauch. Süden Rauch. Ja. 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 Der ist noch an der Ecke, wo Eldagi liegt. Ja. Positiv. Ich werde das noch ins Haus. Wenn es nicht von ihm gebrätset wird. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Drei Sparmen zum Ready. Das war's. Ja. Also, Truck ist auf Attackmarker Einer bei der Flagge mit zu mir Isaac, kommen wir zu mir Ja, so, bin unterwegs Graben wir einfach hier an die Ecke Ok, Feind in 50 Lass bei 2 am Rallye über Also, wer steht, wartet auf den Medic Ich hab' ich den Ball, Raska Ja Feind in 50, da muss ja einer bei dir da irgendwo im Haus sein Ja, we got enemies in 50 Bebeer, Bebeer An der Häuser Ecke Thanks, Medic Sebeln, den siehst du durch den Rauch glaube ich noch nicht, war dort wieder Nee, seh' nur noch Eldaki, auf der Häuser Ecke, direkt vor euch Kleine Blickrichtung, ganz genau Copy An der Kreuzung, westlich An der Kreuzung, westlich An der Weltumfeld Na um hier, um hier Na um hier Na um hier Ja Ja Wollen wir hier in Norden gehen Felix, Dieter Ja, ich, wir haben 60 Sekunden Ja, das ist, das könnte auch sitzen Gehen aber ein bisschen nach Norden Die sind auch nicht blöd, die werden auch immer versuchen zu laufen Ich habe die gleiche Position ab, dass sie schon mal durchgekommen sind So, which squad is going to build a new squad? Sucker Kontakt nach dem Zoom Das ist Fall Channel Absolut, alle Spezialplätzen, bis jetzt Thank you, Medic Also wir rutschen bei dem Süden, ich sehe gleich 9 Rally Kontakt los bei mir Ja, den Ab den Schützen im MRAP Ab den Schützen Die kann alles Den Schnapper nehmen rein, lad Wo ist denn hier? Ja, nehm ZLS, wie bist du gestorben? Feinde der Kreuzung um Feld Ok, also West Ok, wir gehen weiter, wieder auf West Fuck ey Oh genau bei mir, genau bei mir. Den habe ich down. Ja ich wurde auch von Süden beschossen und getroffen. Ich bräuchte einen Sani wenn es geht. Ich komme. Das ist das was ich meinte, die sind jetzt mittlerweile ansonsten und ständig im Laufen. Isaac, soll ich decken oder deckst du? Ich decke. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn. Get out of this building. Ich kann den nicht levelieren, wir kommen nicht an den Zehner heran Amrap steht, ist dauernd Amrap steht, ist dauernd Amrap steht dauernd Amrap steht dauernd Amrap steht dauernd Ziel ist nicht über die Fassung, links wirst du abgehauen Wasser kommen rein, glaube ich Habt ihr einen Amrap-Schützen Orders Noch 3 Spots Lea, kannst du das durchholen? Die sind nördlich von uns Ja, Gegner nördlich von uns Ähm, Tiki, hier go Close, Antrali-Banner Ja, die sind krass um uns rum Wir haben Zülen-Out los gehabt 2 Spawn, vielleicht 2 Amrap, hold up Wir haben Mörser-Beschuss hier Pass auf, Spot 5 muss aufpassen Mit dem Tiki Oh Gott, sind die Mann, ey 2 Spawns, sollen wir die halten, oder können wir rein? Ja, halten, oder? Ja, halten Aber ich hab schon wieder Feinde in 50 Ähm, okay Dann halt ich mal noch Kriegen die die Fug mal noch hoch? Ne, Löscher ist ganz Wir haben keinen Löscher mehr Oh shit Das Schiff ist hier nach Osten Einen unterwegs Nord immer noch Feinde zwischen Scottlead und der, der im Nordrum läuft Was ist das? Ach, Alter Der Lodscher kommt, jetzt muss er schnell gehen Da flippen alle, glaube ich Okay, also wir kriegen wahrscheinlich Village Wir haben Kontakt, Nord, South, West, Everyside Wir haben Kontakt, Nord, South, West, Everyside Einer direkt, westlich, bei Cockro Pro Ey, der frisst und frisst und frisst und stirbt nicht Squadlater 5 braucht ein Männer Achso, ich finde, er hat nicht mehr Ich gehe jetzt Squadlater 5 rüber und halte da wen Das ist gut, der Term ist da Sonst einer zu mir Pass auf, der 50 fand auf jeden Fall Wer ist da? Schauf nochmal Einer muss aufhören Ich bin gleich Komm, schau auf, wer es zurück hält Oh Gott Ey, der Typ ist hier ganz ruhig drauf Ja Squadlater down Ne? Ja K-joller Move! Move up! Move up! Move up! Move up move out! Module rein wiegt, wir da ein Holt zu Beach Spread, spread Halpot, we're bears Spread, spread Halpot, we're bears Fuck, we're gonna be the wood Back in front, back in front Wir kommen nicht aus dem Westgang, wo es kommt schon mal Nein, 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 nein Oh, what the fuck? Welches Bilding? Ach, irgendwo da bei Squad Leader 5, da liegt einer in den Häusern drin, das kraft keiner mit einem MG Guys, get to the radio, get to the radio The whole radio is down, right? I'm not afraid The radio is down No, I don't think I'm going to show you the version No Pen then over west to the radio, I see MG, shoot in the house down I need CBL Darky spawned on the main bin Copy I need the Logi I need the Logi Achtung, it's südlich Warte Seele, der ist direkt bei dir links Ah, die pushen von Süden rein Keine, keine, keine Okay Okay Sauber Rolle Okay, wir bleiben auf Tempest, verteidigen da Close Mosen, Feinde Südosten Okay Steig mal aus Lacky, versuchen wir bitte auf Basic und Bear vorzustoßen mit dem Toxic Der, so es kommt gleich die Tür rein Richtung Süd Links wir uns Es gibt es nicht Medic Magic Dog Up-Timer getrun Up-Timer getrun Ja, die sind in den Feldern im Osten Da, Eldaki bei dir da irgendwo, musst du aufpassen Irgendwo bei dem Techie mit dem MG Irgendwo bei dem Techie mit dem MG Wollen wir in den Backup-Box noch mal auf irgendwo anders ran laufen können Ja Versuch mal einer mir zu folgen Du kommst halt nirgends, du kommst von hier nicht raus Geist Angelegen Angelegen Ich bin der Flasche aus. Ich bin der Flasche aus. Ich bin der Flasche aus. Süd-Est, wo du willst. Wanda. Wir haben einen Flasche aus dem Westen. Ein von uns zu den Flaschen. Der Flasche aus dem Stadion. Der Flasche aus dem Flaschen. Der Flasche aus dem Flaschen. Rally steht. Wir pushen von hier nach Süden. Seht ihr den Dylann Medic? Südlich von unserer FOP. Da von südlich der Eingang. Da kommt gleich einer rein. Egal. Könnt ihr mir versuchen zu folgen vom Rally aus? 20. 20. 20. 30. 31. 31. 31. 31. 32. 32. 33. 34. Raul meiner Position. Boah, da ist noch ein ganzer Squad im Norden Bei dem Techie ist ein ganzer Squad Der Süden ist clear soweit Bleiben wir Richtung Nord Ja, jetzt hängt noch mal ab auf, da ist irgendwas Hier bei Mo Genau auf Mo im Süden, da sind noch Feinde Lörtlich direkt vor Bear 20 Meter Blick Richtung Das sieht man jetzt Richtung Richtung Techie von Bear Richtung Techie, 20 Meter Das angeht Isaac, pass auf auf meiner Position Ah, wir schaffen es nicht mehr, wir haben ihn Eine haben ihn, eine haben, eine haben Okay, dann zurück. Schon wieder im G. Auf dem Dach an der Hub. Wir müssen hier nicht mehr lange durchhalten. Der Daki über uns, Rallye aufs Dach, dass der Daki sich da hinlegen kann. Busst du die noch mal da hoch. Wo? Beim Rallye aufs Dach? Ja, ich mach das. Daki muss uns hier kommen. Achtung, Moe, links von dir drin ist ein Fax MG. Ich drüber aufs Dach zu uns geht. Nein, jetzt auf die auf mich. Okay, dann häng ich so hier und jetzt da rüber. Nee, komm hier rüber hoch. Ja, sowieso sowieso. Ja, sowieso sowieso. Ja, sowieso sowieso. Ja, sowieso sowieso. Naja, nicht gut. Naja, nicht gut. Naja, sofort, haben wir gesagt, wir fliegen. Okay. Okay Ready for north, we don't have IMF Release heist, release heist この後に捕まっている 軋? 時間を分かっている 転がる 電池が難しい 電池はまだ アメリカーパーができない 電池はまず 電池は無くならない 電池とまっている Vielleicht da einen neuen Rallye, wo du bist? Ja, einer zu mir Isaac auch, oder? Sofort Hier kommt der Maul, kommt schon Wir sollen nicht weiter nach außen Meine Meinung nach Ja, ja Kommen die immer noch aus dem Norden rein, aus dem Feld und nach dem Ost Zu Rallye steht Also wir kriegen gleich wieder Massig Kontakt Village wieder verloren Vielleicht sollten wir ihn mal runter pushen Ach hey, hier ist im Westen alles voll an dem Compound Die haben da irgend noch was zum Spawn Meinst die Spawn da? Ja, ich glaube schon Mindestens ein Rallye Gehen wir mal Isaac, die haben mich aus dem Compound raus erschossen eben Ist im Wege viel zu wenig Gegner mit denen wir es dazu haben Ah jo, ok, Feinde Nord-Ost Die sind bei Market Südlich dran Ok Also Nord-Straight von Tempest Market Südlich liegt ne MG Auf D317 Ja, ungefähr da Da kommt einer Zellers deckt den mal Ja, da kommt einer Zellers deckt den mal Ihr müsst ihn decken Bei mir im Norden ist kein Feind, nur der MG-Mark aus Südlich vom Market Ok Die könnten gerade ohne Licht durchs Feld laufen Auf 285 war ich meine Ich hab nur den Kopf gesehen Ich hab hier Frag-Tag im Süd Ja Die waren erst nicht mal der Position im Feld Down, ja, down Ja Close, close, close close, close Wohde Ist da, ist da, ist da ein Radio? Ist da irgendwas wo die spawnen? Sonst müssen wir zurück Ich weiß nicht, ich will gucken, doch Ach ich rechts von hier im Feld Kannst du noch nicht reingucken Kannst du noch nicht reingucken? Er ist down, glaube ich, Asic Down Ja, da sitzen noch welche drin, aber ob da eine HUB ist, keine Ahnung, aber wir müssen reingehen gucken, wir sind zumindest ein Rallyweg. Ja, mach das. Celeste, er war die Straße rauf, rechte Seite, das oberste Gebäude, rechte Seite. Ja, verstanden. Einer ist nach links rüber, einer ist nach links rüber. Celeste, Rallymo. Natürlich. Wie sieht es da oben aus? Ja, einmal schnöken, ne? Hier ist noch mindestens einer. Lucky, was machst du da unten bei Village? Ich hab gerade kurz geguckt, bei hier unten gerade. Typ ja, glaube ich. Achso, eigentlich wollte ich mich noch nicht. Da bin ich überwürdig. Ich hab noch mal auf dem Kopf. Hast du also auf der Flucht gekriegt, oder so? Jupp. Okay. Negativ, eine Fop. Okay, dann komm zurück. Von Village, aus Merzau. Ja. Soll ich doch mal da gucken? Der Village? Ja, die Leute, die jetzt zurück sind, geht mal nach Nord. Der geht nach links. Gegner, bei Pro, linker Kompound, also ganz oben die Straße in den Norden kommen sie. Ja. Mehrere? Ja, mehrere. Ja. Wir versuchen hier wieder in den Kompound zu kommen. Ja. Okay, dann bringen wir uns aus. Die versuchen hier wieder in den Kompound zu kommen. Okay, dann bringen wir uns aus. Die versuchen hier wieder in den Kompound zu kommen. Genau vor dir, Tali. Genau vor dir, drei Leute. Alter, das gibt's nicht. Ja, das ist schon mal genau die Karte. Jetzt hat sich gerade über C483 nördlich straight über die Starsäule geschlichen. Jetzt rechts von Pro und rechts. Jetzt ganz gut. Am Westen über den Kompound kommen sie jetzt auch hin. Nein, wir entgegen. Nein. Der wird geschraubelt. Bei der HUB. Und bei HUB? Ja, positiv. Sicher, dass nicht wir sind. Nein, wir sind bei der HUB und links. Alles gut. Okay, wir kümmern uns um den Attackmarker. Also das Beste, was man mit der Verteilung machen kann, ist den Rallye vom Feind. Anzugreifen, zu zerstören oder sogar einzukreisen, dass sie nicht neu angreifen, sie quasi den Rallye noch haben, wenn wir in unsere Feuer reinlaufen. Ich glaube, das ist ein Spiel. Das waren jetzt ja gerade beide Optionen. Äh, ja, ja. Wollte darauf hinaus, dass es das Beste ist, wenn man quasi in der Rallye umstellt und sie abkämmt. Ja, dann legen wir uns jetzt einfach hier an die Reihe, so wie wir schon liegen. Darkie, bauen wir deinen MG auf. Noch ein Weg. Und der Rest wird einfach so liegen. Das sieht echt gut aus. Ja, ne? Schöne Verteilung. Schließlich. Sag mal, bitte kurz kurz. Einer ist außerhalb. Auf der rechten Seite. Und wir den Freider haben. Äh, der war auf der linken Seite. Auf Attack, auf Attack, Marker. Die kommen von da. Ja, Glückpunkte um Mörser zu bauen. Sollte ich dich beantragen, mal nordwestlich zu flankieren? Ja. Tu das, vielleicht kriegst du den Rallye. Oh, 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 oh. Nein, dast. Oh, 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 oh. Ich hab's auch schon gesagt, ich hab's auch schon gesagt. Ich brauche einen Rallye mit mir Der ganze Compound hier im Westen ist voll mit Gegnern. Irgendwo haben die Rallye oder so im Norden Ja, bleib gegen Der MG Schütze sitzt an der äußeren Mauer, ca. auf C472 Wir haben hier ne Lücke, Leute verteilt euch so, dass sie da nicht durchkommen Ein Eisheck, vielleicht kriegst du mich noch Ja, ich bin noch unterwegs Achtung Eisheck, da liegt ein MG Schütze am Ausland, das kommt bei uns rechts Also auf der Höhe, wo ich ihn schaue Ja, bisschen südlicher noch Ja, das war südlich Jetzt passt er Wir müssen gucken, jetzt zählt der Po und ich will sich gegenseitig abschießen Ja, der hat aufgeschossen Ja, der hat aufgeschossen Ja, der hat aufgeschossen Ja, der hat aufgeschossen Bär, kannst du da irgendwie rein sehen, ob was drin ist? Oh, ich schau mal. Jo, 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 bin runterwegs. Ich brauche schon mal eine Muni Box. Okay, also die haben einen Rally in dem Haus, ich kann ja gleich sagen, welche. Lucky, erste Bandage für mich, ich habe keine mehr. Ja, wo bist du? Direkt neben dir. Wo von wo? Auf der Mauer saß der im Compound im Norden, also ich saß einfach auf der Mauer, keine Ahnung. Ich spawne euch, ich brauche eh Bandagen und Muni. Ja, Squadleet, wir bräuchten eine Muni-Kiste. Ja. Ohne die Kiste steht. Der Rifleman-Marker, der näher zum Schwerdmarker ist, da ist der Rally vermutlich drin. Also da. So. Aber noch halten wir sie hier ganz gut überlegen, also das Server ist ganz gut. Ja, ja, wir bräuchten so, wir bräuchten nicht, wir bräuchten so und fahren sie weg. Ich kann meinetwegen Mörser, wenn Squad-5-9 zum Mörser setzen möchte. Ihr habt auch ein bisschen nördlich noch im Blick, ja? Dass die nicht Nord-West umlaufen, oder? Also einer kommt gleich über Bärs Leiche drüber, ne? Das ist der Lucky's Martin, oder? Sie ist ja nicht. Muss man kurz warten? Ja, ich bin weg. Achtung, meine Position, Beschuss von den Gebäuden. Irgendwo auf dem Dach. Okay. Bitte. Er hat sie in den Feldern noch einen, die nördlichen. Negative. Ne, die nördlich. Ich check mal, dass sie nicht durchlaufen. Sollen wir da eben auch rein, oder warum ist der da? Nein, 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 nicht rein. Wir bleiben hier liegen und fahren sie weg. Ganz easy. Okay. Möglichst wenig sterben, möglichst viele schießen. Fuck, ich hol schon. Ich bin ein Idiot. Wie sieht's aus da im Norden? Ja, ich wollte gerade im Norden gucken, aber da lag noch's im G. Ja, muss gucken, ich lieg auf der Straße. Ich glaube, so ein Granat. Ja. Eiss, lass mich mal. Ich werfe nur Smoke hier für euch. Nicht zu viele, sonst decken wir sie ja, also ihre Flanke. Äh, FN. Im westlichen Teil haben sie das Rally. Ja. Ja. Aber sie sieht nicht so aus, wenn sie sich rausbewegen, oder? Hat man jemand einen außerhalb gesehen, Klaus? Ja, man muss immer aufpassen im Westen, im Westen muss man immer aufpassen, dass die nicht da drum rumlaufen. Leute, da liegen wir noch im G. Ja, im Westen ist einer. Ja, im Westen, ich bin down. Westen aufm Hügel. Pass auf, Tally. Und der ist Celes. Ich hab das Mg. Boah, jetzt sind wir hier herangeschlichen und vor mir kippt um. Wo am Hügel? Ich seh nämlich nix. Ja, der war direkt vor mir gewesen. Meine Blickrichtung. Hinter dem nächsten Hügel war der quasi. Ihr müsst aufpassen, dass die euch da nicht umlaufen, im Westen. Na, da kommt ich nix. Leute, versucht die Linie zu halten. So wie es aussieht, machen wir sie hier ganz gut weg. Ihr müsst jetzt aufpassen, bei Muni-Box ist es offen jetzt quasi. Ja, hab ich im Blick. Copy. Im Aufwand, wo war das Stück gekillt? Von hier drüben her, von aus dem Kompat. Ja, okay. Achtung, Mg steht jetzt am südlichen Ausgang. Also wenn ihr ja zur Bär kommt, dass einer die Linie hier decken kann, dann würde ich Moe versuchen zu holen. Also Isaac und ich sind im Westen down, pass doch auf. Ist der Ready noch voll genug? Ja. Westen ist offen. Okay, der Ducky ist dann. Also nördlich hanschendlich über das Feld. Da schaut mindestens ein Sniper in. Und ich guckle, ich bin weg. Pfff, genau. Zum Glück. Ja, ich hätte vielleicht noch nicht mehr weiter nördlich gehen sollen. Na, bei mir. Ich bin aus dem Gras raus und hab direkt eine Entschuldigung gekriegt. Noch mal den Westen, bitte Saifen, weil ich glaube, da ist vorhin eine Rüge. Auf den Tag, Marco. Also wenn jemand pushen kann und den Attack-Marker sich da irgendwie reinschleicht, da wird es nicht mehr so gut sein. Dann wird der Rallye sein, weil von da kommen auch undauernd Leute reingelaufen. Aber ich meine, wir liegen hier ziemlich safe, wenn die Medics eigentlich die Leute gleich wieder aufsehen. Ja, ich bin down. Ich steck nicht mehr. Ich hol dich und dann sofort zurück. Ja, copy. No way. Up game. Bedeutung ist es zu mir? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sonst der Lucky kannst du vielleicht Fizzle kurz verbinden, ich weiß nicht wie lange er schon da unten Pass ich komm jetzt rein Nein Ich muss ja erst selber verbinden Verbinde mal bitte einer den Fizzle, dann kann ich ihn auf jeden Fall noch hoch rum Mach ich Ähm Gibt mal Squad 4 Deckung Die versuchen sich da reinzufressen Wir geben jetzt den Angriff auf auf Litch Mit seinem Compound dran So ich versuche Isaac zu holen und guck ob das klappt Lacky Lacky Ja Lacky könnt ihr Smokes werfen, sodass ihr die Straßen blockiert Guck Ja ich bin direkt an, dann soll ich mich dann ab rauswerfen Ja ne dann nicht Aber wie ich würde Das ist schlecht Versuchen wir mal noch zu schlecht Guck Ganz selber Ein und schlichen Wir machen das echt sehr gut Schlangen die da drin sind, können sie nichts anrichten Ja genau, große Frage ist halt ob die nicht aussicht die ganze Zeit der Bauer wieder hochheben Oh ja Wir haben entlassen Der Abschluss ist in der Kampffahrt Wir kommen zum Krams Wir kommen zum Krams Und dann haben wir Smokern Okay Das war ich, tut mir leid Das war ich, tut mir leid Oh nice Trotz alledem war da einer mit Disken Der ist direkt an der Wandseite hier bei uns, Bro Professor, dem Moket Direkt an der Wandseite, der guckt durch das Loch da Fizzle, ich da jetzt rübergucke Da ist ein Steifer Ja Ich hab keine mehr Schieß beim Bühnen bissel, bissel Dass ich mich im Norden ansteigen kann Beinen kann Gegner, 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 Gegner Achtung, wer auch immer im Norden ist Auf dem Motormark ankommen wir jetzt mal so runter Ach scheiße Hehehe Scheiße Hehehe Ah, I didn't see Ah, in meiner Position kommt man über die Mauer Ah, Vorsicht, direkt dahinter einer Ich bin hier, wo du raus warst, du musst irgendwo ein MG-Schütze sitzen Ja, ja Zähl, dass du links innerhalb der Mauer, oder? Korrekt, da kann man drüber schlafen Da steht allerdings auch einer noch hinter Mindestens einer GG 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 boys GG 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 GG